So meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MyTroftStoryMode Gestern wurde das neue Update released und zwar die nächste Episode Und zwar am allerletzten Ort Episode 3 Das haben wir ja schon, ja, das haben wir ja schon fertig, Montage erforderlich Und ja, wir sind in Episode 3 stehen geblieben Lucas und, ähm, wie hieß mein Held? Hauptheld Ach, schon wieder so eine Weile her, das ist unglaublich Wenn man einige Zeit die Episode nicht spielt, dann vergisst man einfach seinen Namen Auf jeden Fall, dass der Lucas hieß, aber warum weiß ich meinen Namen nicht mehr Na, ist doch egal, auf jeden Fall sehr viele Endermänner Und, ähm, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen Und Go Es ist gesagt, dass within every loss, every challenge Lucas! Und every failure There is a gift When revered heroes are lost We find new ones in our friends When faced with a mind-bending problem We find a way to rise to the occasion And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm They will bring together the bravest and the brightest to stop it But finding the last and most elusive member of the order of the stone and his legendary formidabomb Would prove their most perilous mission yet For some would rather our hero's story end here Shutting the door on their adventure forever But like all doors, when one closes, another is bound to open Ja, und das ist in Episode 2 passiert Jesse Er hieß übrigens unser Hauptheld Ja, der langsam, der verlangsungszauber We're out of the way Ha 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 Ciao That was weird Definitely Everything feels really fast now I said that really fast, didn't I? Ugh I'm getting dizzy We need to find Soren Yeah I still can't figure out how Ivor made the door close Maybe we should focus more on how it opens That's basically what I said Guys Sure Maybe it was a pressure plate Are you? Oh Why are you asking me that? Just checking up on you Just checking up on you Everything's fine All of it Are you okay? Wait, are you? Are you? Look at this I'm not trying to freak you out But I'm a little bit freaked out right now It's starting to feel stiff And my vision's all jittery Let's keep this between us for now I was thinking the same thing They might get upset or I don't know Exactly We don't know It's just gonna cause panic And we can't afford that right now If it becomes more of a thing I'll tell everyone But let me do it Hey guys I have an idea Okay Magnus help Well alright But I have another That's not a good idea Not anymore They aren't coming back We have no idea where they are They couldn't abandon us if they wanted to As long as we have This Flint and steel? I don't get it It's not That's not what I meant to pull out Hold on This Looks like it might be broken Here let me see it Maybe you're just holding it wrong Maybe you just have to Jiggle it a little Do you mind? I just want to see it You can see it without touching If you can't get it to work It's working fine Oh my god Die machen's sack kaputt Ihr Deppen Sorin Find him Jesse Maybe he can help us Ja Sorry Also Folgen dem weißen Licht Leuchten Okay Warum ist das mega ruckelig Seht ihr das auch? Holy shit Warum ist das so mega heftig ruckelig? Holy shit Ähm Wie soll ich ihm folgen? Okay Okay Jetzt nicht mehr da Ihr hört's ja immer, ne? Jetzt wieder Steht der draußen? Ja Hör ich doof oder was? Ich kann mit dir auch gar nicht reden Was zum Geier soll ich folgen, alter, what the fuck? Angehalten, okay Aber warum, die Steuerung ist ganz komisch Warte ich früher immer so? Das muss ja irgendwo lang klatschen This is the spot, it has to be Maybe This is definitely it Get ready to dig, people Who knows how far down that goes We might end up digging until we hit bedrock Guys, we're not really equipped for this Oh, Lucas wird richtig unsympathisch With our hands, if we have to Yeah, okay I'm with you, Jesse I just want to know, what we're getting into This Hi, Gau Block Nummer 1 Let's get to it then Bam Ja, an mehreren Stellen graben wir auch nicht schlecht, ne? Bäm Ja, immer schön weiter unter Genau, schön treppenartig, richtig so Okay, macht's doch nicht ganz treppenartig Dann halt nicht Ein Bunker Alleine Alles klar, Jesse I guess that makes sense You digg, you get a hole Oha Darunter springen, aber nicht verlassen No, it wasn't Jesse's got this, you guys Ach, du scheiße Tuck bloß nicht hinter dich Looks pretty good It's dark But other than that, we're okay Heading down Don't look up I've got to work up the nerve Uh-oh Wait You have to say that now? Not right Why are you screaming? Achso Achso Hast du ziemlich langer Gang, ne? Oh, okay Alright It's safe now Flup Einfach runterspringen Seht ihr nur? Keinmal wie viele Blöcke gewesen Plattes Schwein und platter Lukas Lukas vermutet schon was. Was ist das Geräusch? Einfach über deinen Mund. Axel hat das bereits gemacht. Hey. Lass uns hier rauskommen. Bleib dicht, Junge. Ach du Scheiße. Und Leute. Was macht hier ein Grinder? Nicht nur irgendein Grinder. Das ist das verrassendste, was ich je gesehen habe. Das ist ein Soren. Na Gott sei Dank, fast das Ding explodiert. Oh, Double Attack. Aber ich habe ihn noch getötet. Gut, dass ich es angeblich nicht gemacht habe. Wow, ich konnte es nicht schnell genug mitnehmen. Wow. Wait, are you going to jump? You're going to jump, aren't you? Please tell me you're not going to jump. Er grinst einfach nur. Aber jetzt nicht mehr. Ich finde diese Interesse immer mega gut gemacht für die Episoden. Oh, this one's mine. Butts! Spiders! Spiders! Das ist so gut, ey. Jesse, komm runter! Wer möchte mehr? Du willst mehr? Jessi! Jesse! Hey, Ugly! Watch out! Hey, Bonehead. Ich spreche zu dir. Jetzt noch mehr Zeit, Jesse! hier sind. Glitschig, die Kante. Wenn da Wasser lang kommt. Wait up! Uh oh. Hiya! Guck mal, das Ding sprengt sich gleich in die Luft. Jesse, in die Luft! Lukas muss nun mal alles abfedern. Die arme Sau. It's over there! Ah! 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 Du musst ihnen helfen. Aber was ist das Amulet? Du hast es. Ich komme, Ruben! Geh weg von meinem Pog! Du hast mein Schwein in Ruhe. Du hast es! Jesse ist hinter dir. Überhaupt kein Problem. Weg mit dir, du explosives Mistfeel. Spinnchen! Eingesaugt! Ja, und wir müssen die Eis-Mutier-Erfahrung hier hin, ne? Deswegen wird das schön alles eingesaugt. Back to the grind! Hi, Ruben! Und ihr seht schon die ganzen Items, die hier langlaufen. Alle aufgesammelt und werden weggepackt. Einer fehlt noch, oder? Genau, der. Hey, Leute, wo ist Axel? Ich könnte es sagen, er war gerade hinter mir da. Oh, nein, keine Angst, ich bin völlig gut. Oh, crap. Ich bin sorry. Ich habe was gegen Ruben gesagt? Nein, Ruben, mein kleines Süßes Schweinchen. Das ist aber grob. Darf man sich selbst fühlen? Nicht ein bisschen. Und jetzt bin ich schütt. Alle sind schauten Sie um die Umgeleidung. Na eigentlich, vielleicht nicht alle. Es sieht, dass es noch funktioniert. Ich werde einfach sehr vorsichtig mit ihm sein. Geh es sicher. Sie sehen einen Sign of Sorin an da? Ich bin noch nicht sicher. Hang on a minute. Er ist nah an. Sorin ist nah an. Er muss hier sein sein. Schau mal wie es ist. Geh, 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 geh. Tja, mein lieben Freunde. Wir wurden jetzt also getrennt. So ein bisschen auch wenn wir uns sehen, sind dennoch einige Monster zwischen uns. Aber wir machen ganz kurz eine kurze Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Microsoft Story Mode Episode 3. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Bis denn. Tschau Leute.